Oh ja. Genau. So sieht's aus. Du Ficker! Ich hab dich gesehen! Du bist besser! Ich hab dich gesehen im Busch! Du Arsch! Was wolltest du denn machen? Wieso hast du mich denn nicht gemessert? Ja, ich hab mich verklickt. Ich hab einfach alles gedrückt, was ich dann... Ach so, du hast mich erst beim Blenden gesehen. Ich dachte, du hättest mich schon vorher gesehen. Nein, ich hab dich erst gesehen, als ich da hinten war. Da hab ich deine scheiß Waffe da rausgucken sehen. Nein! Der ist oben auf den Kisten drauf gewesen. Der hab ich gemessert! Der hab ich gemessert! Nein! Mann, ich hab erst mal versucht, Radhi zu finden. Dann hab ich erst mal Dennis kurz nebenlassen. Das ist krass, wie schnell du down wirst. Radhi ist so ein Freak mit dem. dann mach ich ruhig mit dem Aiming zur Zeit. Ja, gucken wir mal. Scheiße! Ich hasse dich, du Ho… SPASTII! Ganz klar, ne? Alter, warum risks du Sonoma? Was ist das denn? Boah verdammt ne Kitzel Kitzel Was ist das denn? Alter hat der mir einen reingedrückt Jays hinten am Spawnhaus Boah Leck mir doch die Nüsse Ich schwör mein Gott da krieg ich Pickel am Schwanz von Du fickl sie nicht, da kommt durch das Gym Ich wusste es, ich wusste es Alter, der Gustav zum Kopf Alter, das darf nicht wahr sein Ohne Spaß, Jesus hilft mir Ich geb ihm ne Schelle Das kann doch nicht wahr sein Und ich hab den noch gesehen Und ein Gabelstapler Blauer Raum ist der blauer Raum Der ist blauer Raum Ja Hadi So wie die Decke aussieht, sieht gleich meine Kloschüssel aus Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ohne Spaß, dann sag ich gar nichts mehr zu Was ist denn das für ne Scheiße ey Ohne Spaß, so ne Low-Skiller-Nut Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab da keinen Druck Ich hab da keinen Druck Ich hab da keinen Druck Ach komm Boah, du bist so ein Scheißen Baum, das passt Ich hab gedacht, wenn er denn uns JOL Boah ey, immer die Sige 18 los Schrecklich Hadi, oder? Schrecklich Hab ich mich erschrocken Hadi, du hast dich gemütet vom Buch Hadi, du musst dich ermügt Hadi, du musst dich ermügt Ich hab gesagt, dass wir den nutzen Dann geht es halt geschrieben Naja Alter, Vater Anna, guter Raum gerade So, das war Hadi Dennis, ich guck nicht noch mal Du kannst mich am Arsch lecken Boah, ohne Spaß, ohne Nee Ey, gib doch nix Numerigeres Als diese Scheißwaffen, ey Ohne Witz, ey Was ist denn das? Das ist doch No-Skill Hadi, ist das Die Bombe liegt Die Bombe liegt bei der Treppe Hadi, richtig ab Nicht, dass du gleich wieder Die Fanta umschüttest Ich hab nicht mal in der Klasse mit dir Arsch Der hätte schon lange aus Hadi, gib mir noch einen Tick Den hast du aber nicht gesehen Lol, der ist... Ach, daher ist der gekommen Leck mich am Arsch Ich dachte, der ist ja gar nicht Der hat doch Runner Klasse Der hat Hummel im Hintern Der kann doch nicht anders spielen Ach, schön Na, hast du einen abgekriegt, oder war das Christian? Na, hast du keine Schüsse mehr? Na, jetzt ist es vorbei Lol Lol Lol, der hat auf mich geschossen Er hat mich geschossen Du hast auf mich geschossen Du betötet er mich Du hast auf mich geschossen Ich hab auf mich geschossen Ich hab auf dich geschossen Am Arsch, du hast auf... Am Arsch, hast du auf... Am Arsch, hast du auf Christian Und auf Peter geschossen Peter kam doch gerade erst! Du hast auf mich geschossen, du Pissgesicht! Hadi, am Gabelstapler! Hadi, halt die Füße! Am Gabelstapler war der Gegner und ich habe auf ihn geschossen und du hast da hingetrifft und ich war ihn! Ja, aber ich bin geschossen worden, das war ja so! Gabelstapler! Gabelstapler geschossen! Ich bin geschossen worden, im Gabelstapler! 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 Aufklärungsdrohne online! Wo ist der?! Oh mein Gott! Alter, ich habe den sowas von nicht gesehen, wach! Wie geil war die Aktion denn? Alter, was ist denn für ein Aimling? Das kann nicht wahr sein, ey! Alter, ich war so gut tot! Hadi Rage! Alter, ich war so gut tot! Alter, da konntest du gar nichts gegen machen! Ja! 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 Das Ziel zerstören! Analysisches Jetzt kommt er... ните die Arg receipt? Ach komm ey, wie kann man nur so scheiße Beide Haftboss Uncool Komplänte Bram, du brauchst die Punkte So am Arsch ey, da bin ich schon am Nachladen hier Das ist lächerlich Ach die Map ist ohne Spaß Wieso müssen wir den Knopf mal so ne Scheiß Warum schießt du? Du musst linke Maustaste drücken Nein, ohne Spaß Ich hab dich nicht gesehen, du Wicks Gesicht Overtrown ist dann nochmal so ne Scheiße Voll gut, wenn ein Sniper auf dich schießt Etwa ein Tango, der dich getroffen hat, wie die Wicks Scheiße Oh, hat ne Kackmap, Alter Alles ne Kackmap Ich glaub, danach sollten wir mal diese Eine spielen, die zeitläufig auch Alter, wo kommst du denn näher? Einer will am lassen Hammer Bei A ist auch einer im Gewächshaus schon Der Bram war da Boah Das ist zähne Hardy, ist er wieder ein Noob? Ja, ich weiß, du kriegst jetzt nen Headshot Boah Boah Ah, toll Der war an der Straße An der Straße Ich hab dich nicht gesehen, tut mir leid Ich wusste nicht zu sein Aufwärts, jetzt hier an Johnny zu dem Ding Ja, super hast du gewartet Hammer, Hardy Ich schreit zu dir Ha 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 ha